Yo Leute und herzlich willkommen zum heutigen Vlog und zwar ist heute Freitag und ich hätte mir einfach gedacht ja machst du einfach mal ein neues Video und taust mal wieder richtig auf Kacke und machst mal was Neues und ja ich dachte mir ich mache heute mal so eine kleine PvP Montage so in knapp 5 bis 10 Minuten denke ich mal wird das so sein und ich hoffe ihr freut euch darauf denn ich hatte mal Lust einfach mal was Neues auszuprobieren und damit wäre was Neues geschafft und ich würde auch was Neues machen denn ich würde endlich mal so ein Video richtig hardcore zusammenschneiden was mehrere Stunden wahrscheinlich dauern wird erstmal alles aufzunehmen dann die passenden Stellen rauszufinden die passende Musik zu unterlegen und ja ich hoffe euch gefällt das Konzept vielleicht mache ich noch mehr Montan vielleicht von irgendwas anderem nicht nur PvP sondern irgendwas anderem wie zum Beispiel von meinen Outtakes von irgendwas anderem oder so und ja wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und ciao ciao Outtakes von irgendwas Outtakes von irgendwas Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.